Hallo, mein Name ist Sebastian Schulz aus der Gemeinde Unterwegs in Bochum und ich habe dieses Jahr meine pastorale Ausbildung bei Foursquare Deutschland abgeschlossen. Damit hatte ich angefangen im Jahr 2016, nachdem Gott mir 2015 gesagt hatte, ich dürfte, wenn ich wollte, mich auf den vollzeitigen Dienst vorbereiten und so habe ich mein Lehramtsstudium ein bisschen verändert. Ich habe damals Englisch und Theologie studiert und dann gedacht, okay, ich studiere einfach nur noch Theologie weiter, aber als Vorbereitung reicht das nicht, dachte ich mir, weil man wird nur fachlich ausgebildet, nicht praktisch. Und in diesem ganzen Prozess habe ich zu Gott gesagt, bitte schick mich nicht an eine Bibelschule. Bibelschulen sind zwar super und nicht schlimm und so weiter, aber für mich dachte ich, nee, ich will hier nicht weg, ich glaube, dass ich hier gerade anfange erst was zu lernen in Bochum und dann habe ich gesehen, Foursquare Deutschland bietet eine praktische Ausbildung direkt in den Gemeinden an. Und dafür habe ich mich dann auch entschieden und ich habe gemerkt über die Jahre, man kann so viel ausprobieren in der Gemeinde und gerade diese Ausbildung mit Mentoring und Begleitung und Reflexion und so weiter bietet Raum dafür, sich auszuprobieren und gleichzeitig eine ganze Menge dabei zu lernen, nicht ins kalte Wasser geworfen zu werden, aber eben richtig schön, in die Praxis reinzukommen. Klar gehörte auch ein bisschen Theorie dazu und man kann auch ein paar spannende Bücher lesen, muss man ja, aber für mich war das zusammen mit dem Studium die optimale Mischung. Damals hatte ich die Hoffnung, ich würde diese Ausbildung ein Jahr verkürzen können, also zwei Jahre brauchen. In Wirklichkeit habe ich sie ein Jahr verlängern müssen, es hat vier Jahre gebraucht, weil das Leben nebenbei einfach weitergegelaufen ist. Aber insgesamt fühle ich mich gut ausgebildet, gesegnet dadurch und freue mich, dass ich es gemacht habe.